dann beginnt das Leben für einen Augenblick Assalamu alaikum, Chitty Direct. Ich bin Ackman Umid. Ihr seid ihr alle gut? Heute haben wir Reaction-Rolls von Jisoo die Videobeschreibung von Black Team Wir haben auch die Reaction-Rolls von Reaction gemacht. Wir haben auch die Reaction-Rolls von Reaction gemacht. Wir machen das jetzt alles, wir machen alles. Ihr habt die Beile, die Ekel, wenn ihr euch Leute sehen können. Ihr habt die Reaktion-Rolls von Reaktion gemacht. Und wir haben uns auf die Kanal zu abonnieren. Abonniert uns auf die Videobeschreibung. Und erzählen, wer ist dein Lieblings-Favorite? ich bin so nett ich bin so nett die Schuhe die ich bin so nett ich bin so nett jetzt ich bin so nett ich bin so nett ich bin so nett schon Wie macht er die Leid? Ich hatte die Kommentare, aber ich hatte keine Leid. Alles ist mit mir. Es ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ich liebe dich. céhbe Das war's für heute. Hast du dein Updates? Ja, ich werde jetzt nicht mehr arbeiten. Was ist das? Ja, wir sehen uns schnell. Aber wir sehen uns wieder. Oh, ja. Ich hab das jetzt jetzt nicht verstanden. Ich hab das nur zwei, ich hab es noch eins. Ich hab das jetzt eben auch ein bisschen ab. Ja, ich habe das auch ein bisschen mehr gedacht. Ich hab das jetzt auch ein bisschen mehr gemacht. Ich hab das jetzt einfach nur ein bisschen mehr gemacht. Ich hab das auch einen bisschen mehr auf den ganzen Tag. Ich hab das jetzt noch nehmt. Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Sie sag, was you know about love? I saw you everything I got what you need Is that a real link? I don't like that That's a real link Leave me there I want one now The one I want to go und ich kann nicht so etwas tun. Das war jetzt noch was mir her. Das war die Berohin des Films des Films des Films. Wenn ich in den Films des Films komme, dann bin ich dafür freue. Wir sind wieder. Ich bin wieder. Ich habe mich nicht mehr so gut. Ich habe mich sehr gut. Ich habe mich sehr gut. dann beginnt das Leben für einen Augenblick